ich glaube ich war ich war rechts von dir okay ich sehe auf der karte wo ich mein deswegen getan habe den hättest du auch da oben sehen können den hättest du auch da oben sehen können ja ist mir aber ist gerade aufgefallen ich war jetzt aber neuen gang an der moment war mir lang genug keine diamanten aber bestimmt sind im canyon noch welche oder was für eine höhe wanders vielleicht 18 super achte noch diamanten bei 18 sind auch diamanten ja ab 24 glaube ich aber bei 12 sind die meisten dann könnten da nicht nur diamanten wesen sein sorry wir brauchen noch eine kiste hier unten in dem holz raus und macht noch eine weil jetzt voll jung ist nicht so problematisch oder da wo ist das holz da ja ich muss gerade mal gucken ich habe so ein bisschen das gefühl hier mit dem mit dem mit dem waypoint dass der irgendwie gar nicht mal so weit weg ist von unserer base ich glaube der sieht einfach näher aus als er eigentlich ist irgendwann falle ich in die lava war so wie ich hier lang gehe ich fordere es ja quasi heraus ich baue immer den unteren block als erstes ab nein wenn ich da über den gang gehe ich drücke nicht shift oder so ich laufe einfach rüber das ist ja nun einmalgang aha ich drücke auch immer nur das problem ist ich habe eine diamantschwertsacke ich habe ein power 4 punch 2 bogen und ich habe ein scharptes dreischwert hier drüben tun wir die ganzen scheiß rein und hier vorne also hier warte mal ich tue noch kohle wertvolles warte hier warte ich tue soo und scheiß piste krammst du rein das hat jetzt einfach auch rein wenn wir was kraft müssen müssen wir halt wieder hierhin ne ich nehme mein hals mit aber irgendwie bogen und falle ist das voll unnötig nö nicht wenn du n punch 4 bogen hast punch 2 power 4 bogen ich habe mir glaube ich noch nie einen eigenen bogen gemacht immer nur von skeletten geklaut ja und ich habe mein bogen ist jetzt fast voll okay ich habe den selber gemacht so ich mache dann auch mal einen neuen gang ja ich mache auch an äh aber ah alter ich gehe mal den falschen weg eigentlich bin manchmal voll verpeilt ja manchmal genau johnny ey alter ich sprinte über den über die lava weg ja ich auch ich habe die diamantschwertsacke diamantschwert bogen jungen machst du einen hier ich muss zwei blöcke oder ein zwei ja hier also wenn wir äh cobblestone und so brauchen da haben wir zwar oben schon viele aber ich denke da haben wir richtig viel bei euch habe so bock das minecraft lp ganz ganz lang zu machen aber ich will das alles jetzt schon aufnehmen ja wir können ja aufnehmen nein meine festplatte sagt dann nein ja dann kauf eben noch eine so wie ich deine festplatte ist aber nicht gut auf die kannst du auch nicht aufnehmen ja und ich habe einen diamant gefunden dafür ähm und noch ein und noch ein und noch ein ich habe jetzt acht diamanten bekommen vor unnötig acht diamanten also 18 ja ich habe jetzt schon 33 ne 19 alter was kann ich mal bitte hier raus so 19 wir haben 11 ja ja eine rüstung haben wir fast was wollte ich jetzt machen ich habe die fackeln irgendwo liegen gelassen wo habe ich die fackeln ach hey ich habe keine ich wollte fackeln machen fällt mir gerade ein aber echt mal das mit der lava das ist einfach so hier komm gott ich fordere dich heraus 19 diamanten noch ein bisschen redstone ok redstone haben wir eigentlich genug das können wir links liegen lassen ich würde cola eisen diamanten gold noch abbauen gibt aber trotzdem level ja scheiße auf die level wir wollten unser in xp farm bauen oder wir wollten ja aus dem schwinden spawner der direkt bei uns ist okay ich habe jetzt hier dreieinhalb falten oh mein gott ich habe viereinhalb steaks ähm fackeln nein ich habe genug fackeln ich habe mein tod im das auge geblickt park alter jetzt warum brenne ich die diese teile da die da raus springen die bringen auch machen auch feuer voll sinnlos nein alter das sind funken die da raus springen natürlich fangen trotzdem ok nein du hast eine eisenrüstung an eisenrüstung nicht gleich an zu brennen ja die fängt aber nie an zu brennen warum habe ich denn eisenrüstung warum habe ich denn eisenrüstung sonst könnte ich vielleicht ein bisschen gedanken machen du könntest ja fire protection auf die eisenrüstung machen wirklich reicht es wenn ich es auf 1 mache nein fire protection kommt erst irgendwann ab 15 oder so hey wie ab 15 level oder was ja es gibt ja nur fire protection 1 hey wie soll man ab 15 level erreichen alter hey was bringt denn an fire protection dass du nicht so viel schaden kriegst dass du keinen schaden kriegst mehr von feuer ach so gibt es dafür überhaupt eine verzauberung dafür gibt es ja nur eine rüstung äh einen zaubertrank könnten echt mal anfangen ne es gibt fire protection als verzauberung dann ist das vielleicht doch der schaden da meine ich zumindest ja du bist ja direkt neben mir ich weiß ist ja ekelhaft hast du eine eisen oder eine steine was spitzhacke ja eisen ja ok so ah ich hab dich gleich überholt ja kann gut sein ich hab hier auch erzamen abbauen hab hier erzamen ja guck mal hier hi hi ich dachte redstone links liegen gelassen ich hab grad äh auch eisen abgebaut und jetzt hab ich grad redstone abgebaut ja gibt level ne ne vielleicht sind da diamanten hinter versteckt ich wette wenn hier leute jetzt mit so einem x-ray mod durchlaufen würden die würden uns so umbringen die würden uns so umbringen weil wir hier weil wir hier wahrscheinlich direkt überall einmal runter graben müssten dann direkt diamant was dann tadadum tadadum oh warte mal ich hatte das gefühl dass da grad meine dings kurz äh gelb aufgeblinkt ist wie was meine fraps anzeige oh nein oh komm mal rüber du bist hier genug speicherplatz alter halt deinen eigenen gang krab mal geradeaus weil krab mal geradeaus ja ja ich seh dass du hier bist hast diamanten gefunden oder was ja hier ui ui diamanten alter geh mir nicht ja sorry alter acht stück du kriegst die ganzen level 13 diamanten 13 diamanten 13 diamanten oh bin ich nicht toll wuhuu alter falter acht stück das ist das maximum ja haben wir schon eine rüstung zusammen ja oder äh wir haben jetzt 32 war geil wir haben wir jetzt sogar schon die zweite das wär wirklich nice ja sehr nice sehr nice sehr nice welcher mod ist das eigentlich mit den mining turtles keine ahnung buildcraft denke ich mal buildcraft ist doch nur dass man da die halb lakon zu haben kann ne oder industrialcraft dann turtles sind doch äh tiere oder nein ok die haben computer in sich ok dann würde es ganz sicher industrialcraft sein könnten ja vielleicht habe ich überlegt ob also gibt es industrialcraft für 1.6 schon google könnte man ja so ein paar mods reinbringen vielleicht mine craft kann man das auf bucket machen eigentlich das ist doch bucket das ist bucket das sind buckets alter äh 1.7.3 was das ist beta ja 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 ich weiß what the fuck wiki industrialcraft ähm ja gibt's scheinbar ja dann können wir das ja vielleicht machen wurde scheinbar schon geupdatet das lava das ist wirklich schön für die lava mhm du bist jetzt unter deinem äh spalt kann sein glaube ich zumindest über dir ist auf jeden fall eine höhle mit fackeln ausgeleuchtet schön für die höhle schön für die fackeln mhm mhm so irgendwie voll die musik zum kämpfen das hier gerade ja simcity ehrlich ja also simcity 4 ist das ich habe die lava gefunden von der du geredet hast krass ich habe die es gefunden schon wieder alter boah creeper lass ihn nicht an die dias ran ja äh wie kommen sie einfach nicht an die dias ran fuck 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 geh raus geh raus alter alter nein und alles alter der block ist verschwunden das seh ich nicht ein das zieh ich mir wieder ja ich hab's gesehen der block war einfach weg plötzlich geht's dir weg äh cheats dir nochmal weil das ist wirklich scheiße das ist weil das ist ein server bug das das seh ich echt nicht ein das ist mir einmal nämlich auch was passiert nur dann wurde ich zurückgesetzt das war das gute äh ich cheats dir auch die level wieder und so jaaa wenn ich mal was machen könnte bin ich kein op achso ja sorry habe ich vergessen bin ich kein op du hast mich doch gestern geoppt jaaa aber ich glaube ich bin selber nicht mal op warte ich schau gleich mal nach das ist bucket oder jaaa aber wir haben auch keine konsole das ist das problem aaaa der johnny der johnny warte ich muss mich grad mal irgendwo einschließen so und ich guck dann mal wo wo ich in mein inventar gucken konnte hey ich meinte ich hätte uns op gemacht op ich dachte auch dass wir op werden ja ich kann auf jeden fall äh ich kann ja ich konnte mir grad gras geben muss stop sein ich kann meinen game mode aber nicht ändern ja hier ich bin ja auch grad slash gm1md nö ich kann meinen game mode nicht ändern also hier wieso kannst du den ändern und ich nicht ich hab slash gm1md gemacht ich hab auch slash gm1md aber wir haben kein essential drin doch nein ich hab essentials reingetan warte so ähm plug ins essentials hast recht ich guck dann erstmal in der letzten aufnahme hier wann wir irgendwann mal dann grab ich schon mal weiter ins ding gegangen sind alter muss ich die aufnahme dafür kurz abbrechen wieso hab ich jetzt schwarzbild danke kann ich nicht aufnahmen schon angucken von ne weil die sind ja noch nicht gespeichert ja ich hab ja cut rw4 gigabyte gemacht aber egal naja dann bis nachher